Hereinspaziert! Hereinspaziert! Hört zu, was in der Welt passiert an Schnurren, Mohren und Geschichten, die wir euch heute hier berichten. Was Väter zu den Söhnen sagen und was die Söhne alles fragen. Wie dem, der sich hier lange zieht, hereinspaziert! Hereinspaziert! Ja! Du widersprichst mir! Bloß, wenn ich schikaniert werde. Wieso schikaniere ich dich, wenn ich dir widerspreche? Ich denke, du widersprichst mir nicht. Aber du zwingst einen ja dazu. Ja, weil du einen dazu zwingst. Ich denke, du wirst, wenn ich dich schikaniert werde.